Hey Leute, hier ist Philips Nichota für psd-tutorials.de und in dieser kleinen Tutorial-Serie möchte ich mit euch über ein paar Video-Effekte sprechen. Das heißt, ich habe mir überlegt, was für Video-Effekte sind eigentlich die meistgefragtesten. Und da ich viel in Foren unterwegs bin, weiß ich mittlerweile ganz genau, das sind eigentlich Videos, die immer wieder gefragt werden. Und ich habe mir einfach überlegt, mache ich jetzt ein Mashup mit den beliebtesten Video-Effekten. Dabei handelt es sich wirklich um Video-Effekte, das heißt, wir machen hier jetzt keine Special-Effekte, wir machen hier Video-Effekte, das heißt, wir bearbeiten Videos in einem bestimmten Stil oder fügen Videos etwas hinzu, so in diese Richtung halte Video-Effekte, keine Special-Effekte. Und für den ersten Part habe ich mir jetzt folgendes überlegt, dass wir nämlich hier mit einem Tilt-Shift-Effekt anfangen, der so im Grunde genommen, ja, das Ganze sieht aus, als wären das so mini kleine Modellbauschiffchen hier, die hier langfahren, weil es alles in so einem Makro-Modus ist, das heißt, das Objekt hier ist scharf, der Rest ist unscharf, das Ganze hat übertrieben, oder ist schon der Nächste, das Ganze hat übertrieben scharfe Farben, das heißt, sehr stark gesättigte Farben, das ist der Tilt-Shift-Effekt, den wir mal kreieren werden, dabei habe ich auch noch einen kleinen Tipp für euch, jetzt nicht denken, ich weiß, wie das geht, ich habe einen kleinen Tipp für euch, der ist ganz interessant. Zweiter Effekt ist der des künstlichen Regens hinzufügen, wir machen hier ein bisschen Color-Grading mit After Effects-Bordmitteln und wir fügen dem ganzen Regen hinzu, tausendmal gefragt. Genau dasselbe mit Schnee, hier möchte ich auch noch zeigen, wie man eine Stadt so ein bisschen in einem eisigen Look darstellt oder wie man hier halt in dem Fall Schnee ein bisschen hinzufügen. Ich hätte es ein bisschen sauberer machen können, aber das ist auch so schon in Ordnung. Und das ist der letzte Effekt, der Old-Movie-Effekt, mit dem wir es halt schaffen wollen, ein Video so darzustellen, als wäre es irgendwann vor so und so vielen Jahren gedreht worden. Der ganze Film hier sehen wir schon, ist total kaputt und das sieht alles ausgeblichen aus, wir haben hier nur so einen ganz dezenten Hauch an Farben, sonst hauptsächlich, also wir haben hier schon so ein bisschen Grün drin und so ein bisschen Blau, aber generell ist das Ganze halt in so einem Sevier-Ton gehalten und das Ganze sieht halt einfach uralt aus. Fangen wir also direkt an mit dem Tilt-Shift-Effekt. Dieses Footage des Reins, was ich hier in diesem Fall überall benutzt habe, habe ich von Thomas Corcoran. Vielen Dank an dich, Thomas, in diesem Fall. Der hat auch bei YouTube seinen Account, Korn1917, hier mit der 5D Mark II gefilmt. Das ist das besagte Footage. Jetzt also der erste Effekt, der Tilt-Shift. Ich ziehe es also in eine neue Komposition und schaue mir das an. Ich möchte von diesem Footage für den Tilt-Shift jedoch nur den hinteren Part nehmen, weil im hinteren Part wird das Ganze erst wirklich sonnig. Hier sind noch Wolken vor der Sonne und hier wird das Ganze sonnig. Und das passt für den Tilt-Shift immer noch besser, weil der Tilt-Shift ist halt sehr, sehr hell, sehr grell, sehr, sehr, sehr gesättigt. Und da passt es einfach hier noch ein bisschen besser mit der Sonne. Deswegen nehme ich einfach nur den hinteren Part, beschränke die Komposition jetzt auf den Arbeitsbereich hier. So, und habe jetzt mein Video hier also drin. Der Tilt-Shift-Effekt basiert eigentlich auf zwei Basiskonstanten, nämlich einmal der Unschärfe, die jedoch nur partiell angewendet ist, das heißt auf bestimmte Bereiche. Das kann sein, dass wir vorne zum Beispiel unscharf haben, in der Mitte nicht und dann wieder unscharf. Passt in diesem Fall nicht sehr gut, weil wir hier, Hälfte des Videos ist eigentlich nur Himmel und wenn der unscharf ist, das macht eigentlich keinen Sinn. Wenn davor das hier scharf ist und dann hier wieder unscharf wird, das ergibt keinen Sinn, das macht optisch keinen Sinn. Aber wenn man zum Beispiel so einen Shot hat, in dem man von oben auf etwas hinabguckt, kann man das sehr gut machen. Dann hat man einfach vorne unscharf, in der Mitte scharf und hinten wieder unscharf. Das passt da sehr gut. In diesem Fall möchten wir eigentlich nur diesen Spot des Schafen auf den Dom legen und den Rest weichzeichnen. Das ist einerseits der eine Bestandteil des Tilt-Shifts und der zweite ist natürlich die Farbkorrektur, das Ganze einfach übelst gesättigt darzustellen mit einer leichten Vignettierung und so weiter. Das machen wir jetzt. Für den Tilt-Shift-Effekt nehmen wir den Kameralinsen-Weichzeichner. Den finden wir hier. In CS4 heißt der Effekt jedoch noch Tiefenschärfe abmildern und davor hieß er Verwackeln. Sehr ungünstiger Name. Es wurde eigentlich immer besser. Kameralinsen-Weichzeichner ist eigentlich der offensichtlichste Name für diesen Effekt. Deswegen ist es ganz gut, dass wir mittlerweile dort angekommen sind. Andererseits hat der auch ein komplettes Remake bekommen in CS5.5. Macht jetzt schnellere und schönere Ergebnisse. Ein Grund CS5.5 zu kaufen. Jetzt können wir hier schauen, was für Einstellungsmöglichkeiten wir in diesem Effekt haben. Ich zoome hier nochmal ein bisschen ran. Hier haben wir natürlich den Weichzeichnungsradius. Das heißt, wir können hiermit das Ganze entweder stärker oder weniger stark weichzeichnen. Ich finde die Ergebnisse hiervon sehr, sehr schön. Und sie rendern vor allem auch sehr schnell. Wir können dann die Irisblende einstellen, wie wir möchten. Dreieck ist hierbei die schnellste Methode. Sieht auch nicht so schön aus. Zehneck, die allerschönste Methode, dauert am längsten zu rendern. Sechseck ist die Standard-Einstellung. Und unterscheidet sich vom Zehneck gar nicht so sehr, finde ich. Deswegen benutze ich eigentlich meistens das Sechseck. Wir können hier noch verschiedene Sachen einstellen, wie die Rundheit der Weichzeichnungsiris. Das heißt, die Iris-Ablendungen, weil so ein Weichzeichner besteht eigentlich nur aus Iris-Ablendungen. Das heißt, wir sehen hier überall, wenn wir uns das genau anschauen, diese Iris-Formen hier. Und davon können wir jetzt die Rundheit einstellen. Das sehen wir jetzt hier nicht so gut. Hätten wir ein Shot, wo zum Beispiel sehr grelles Licht ist gegenüber sehr schwarz im Hintergrund, hätten wir das Ganze besser sehen können. Aber wenn ihr euch das Tutorial zum neuesten After Effects CS 5.5 von mir anschaut, dort werdet ihr eine detaillierte Beschreibung zu diesem Effekt finden, auch mit besseren Beispielen, die diesen Effekt jetzt in allen seinen Facetten eigentlich widerspiegeln. Wir müssen uns um die Irisblende etc. jetzt eigentlich gar nicht so sehr kümmern. Dann, wir kümmern uns um den nächsten Teilen, nämlich die Weichzeichner-Matrix. In dieser Weichzeichner-Matrix können wir jetzt das einfügen, was wir eben brauchen, um den Tilt-Shift-Effekt zu machen, nämlich einen Verlauf, der beschreibt, wo soll weichgezeichnet werden und wo nicht. Das machen wir mit der Weichzeichner-Matrix. Normalerweise sehe ich immer, wenn das jemand macht, der erstellt eine neue Farbfläche und wendet darauf einen Verlauf an. Machen wir das einfach mal. Das heißt, wenn wir sagen, rechtsklick neue Farbfläche, so, schwarze Farbfläche ist in Ordnung, ups, muss natürlich Kompositionsgröße haben. Das heißt, wir klicken hier auf Wie Kompositionsgröße und wenden darauf dann den Verlauf an. Wenn wir den Verlauf hier auf anwenden, lassen wir es jetzt einfach mal so, dann hat man hier jetzt volle Weichzeichnungen, da gar keine Weichzeichnung, weiß steht für volle, schwarze für keine. Wenn ich jetzt hier bei der Weichzeichner-Matrix jedoch die schwarze Farbfläche auswähle, sehen wir, da klappt plötzlich nichts mehr und viele Leute sind in dem Moment verwirrt. Das liegt daran, weil wenn er hier auf diesen Weichzeichner-Matrix zugreift, er keine Effekte, die nachher darauf angewendet sind, das heißt, er sieht nur diese Ebene. Wenn die Effekte darauf angewendet sind, das merkt er überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen das Ganze in eine Unterkomposition packen. Jedoch hat man dann schon wieder zwei Kompositionen und hat die ganzen Einstellungen nicht auf einen Schlag, man kann den Verlauf nicht so gut anpassen, das passt alles nicht so gut, wie wenn wir es alles in einer Komposition hätten. Und da kommt seit CS3 plötzlich etwas daher, nämlich die Formebene. Hier klicken wir einfach mal doppelt drauf und haben hier jetzt eine Einstellung zur Formebene. Dort können wir auch einen Verlauf anwenden. Und wenn After Effects sich diese Ebene anguckt, sind das hier ja keine Effekte, sondern das ist die Grundebene selbst. Das heißt, wenn wir hier in den Verlauf gehen, das klicken wir da drauf, und jetzt hier Schwarz-Weiß-Verlauf einstellen, von Schwarz zu Weiß, so, eigentlich genauso wie auch vorher. Ich stelle es hier nochmal auf 50, damit wir einen genauen Verlauf haben. Das ist der Übergangspunkt, der Farbmittelpunkt. Die können wir jetzt hier hinsetzen, dann haben wir nur ein bisschen Schwarz und dann schnelleren Übergang zu Weich oder andersrum. Ich stelle das Ganze auf 50, dann ist es genau in der Mitte. Wir haben einen normalen Verlauf. Jetzt kann ich hier diese Punkte einstellen, wie ich mag, von wo bis wo der Verlauf gehen soll. Und wähle ich diese Formebene, ich nenne sie mal Matrix. Wenn wir jetzt hier die Weichzeichner-Matrix-Matrix wählen, sehen wir, der eine Teil hier oben ist gar nicht weich gezeichnet, und der untere schon. Das sieht man jetzt hier noch nicht so gut. Ich möchte die Kantenpixel mal wiederholen, damit wir hier diese Kanten nicht haben. Wenn ich das Ganze noch ein bisschen höher schraube, sehen wir das, denke ich. Hier oben wird also nicht mehr weich gezeichnet. Hier unten haben wir jetzt einen totalen Brei. Das sieht man, denke ich, ganz gut. Das Gute ist, wir können jetzt hier einfach auf das Rechteck gehen und diesen Verlauf anpassen. Interaktiv in dieser Komposition. Und jetzt sehen wir erst wirklich, was uns das bringt, das Ganze als Formebene zu machen. Im Gegensatz dazu, das auf eine Farbfläche anzuwenden und diese Farbfläche in eine Unterkomposition zu packen. Wir haben hier Live-Vorschau. Wir können den Punkt bewegen, wie auch immer. Jetzt hätte ich aber ganz gerne nur diesen Spot hier drauf. Das heißt, wir brauchen einen radialen Verlauf. Ich gehe jetzt hier drauf, sage radialer Verlauf statt linearer Verlauf. Und jetzt sehen wir hier schon, das passt schon super. Das ist richtig. Hier ist der Mittelpunkt des Verlaufs. Hier ist das Ende des Verlaufs. Und das sieht schon sehr gut aus. Nur haben wir hier gerade eine extreme Weichzeichnerstärke eingestellt, die wir so natürlich gar nicht brauchen. Das heißt, wir setzen sie hier mal runter, so auf 15, 16 Pixel vielleicht. Und jetzt können wir hier in der Matrix auch noch weiter Einstellungen treffen. Wir sehen hier, jetzt ist wirklich nur dieser Mini-Spot auf dem Dom. Wir können das Ganze auch noch ein bisschen ausbreiten. So in etwa. Dann ist eigentlich alles weich gezeichnet, außer dieser Spot auf dem Dom. Das sieht schon wunderbar aus. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit dem Farblook versehen, den ich schon erwähnt habe. Wir brauchen dazu nur wenige Tools. Wir brauchen einerseits die Kurven. Das heißt, wir laden hier die Kurven rein. Und diese Kurven sind eigentlich so das nützlichste Farbkorrekturwerkzeug, was man in After Effects an den Basistools finden kann. Denn mit diesen Kurven kann man eigentlich alles machen. Ich möchte dem Ganzen jetzt erstmal ein wenig Kontrast hinzufügen. Und bei Kurven ist es so, hier sind die ganz schwarzen Werte, dort sind die ganz weißen Werte. Und wir mappen die jetzt alle auf schwarz. Das heißt, das hier sind die Werte, wie sie vorhanden sind. Und das sind die Werte, wie sie sein sollen. Das heißt, jetzt haben wir gesagt, alle Werte, egal was, bleiben hier unten. Das heißt, das ganze Video ist schwarz. Wenn wir sagen, alle Werte, die hier unten sind, sollen auch später hier unten sein. Alle Werte, die hier oben sind, sollen auch dort oben sind, haben wir diese Linie und nichts verändert sich. Ziehen wir alles runter, werden die Werte dazwischen einfach abgedunkelt. Ziehen wir das hoch, werden sie aufgehellt. Jetzt können wir hier oben die oberen Bereiche beeinflussen. Das heißt, wenn wir hier mal drei Punkte setzen, können wir hier oben die oberen Bereiche beeinflussen. Das heißt, nur die Highlights. Hier können wir jetzt die Schattenbereiche beeinflussen. Und hier die Mitten. Ganz einfach, so funktionieren die Kurven. Jetzt möchte ich hier ein bisschen Kontrast hinzufügen. Und dazu nehmen wir diese S-Kurve. Das heißt, wir pushen die Highlights ein bisschen nach oben. Und gleichzeitig die dunklen Bereiche etwas nach unten. Und schon haben wir Kontrast. Schauen wir uns das Ganze an. Das empfiehlt sich natürlich viel mehr als der Helligkeit-Kontrast-Filter, weil man hier einfach viel feinere Einstellungsmöglichkeiten hat. Die Kurven sind wirklich eins meiner Lieblingseffekt-Tools in After Effects. Jetzt gehen wir weiter in die verschiedenen Kanäle und können jetzt hier im Rot zum Beispiel ein bisschen Rot aus den Tiefen nehmen. Das aber in den Höhen dalassen. Das heißt, wir haben so ein bisschen grünlichere Tiefen. Das sehen wir hier in den Bäumen vor allem, dass sie ein bisschen stärker grün sind als vorher. Aber wir behalten Rot in den Highlights. Was auch so ein bisschen Cross-Process-Look bringt. Wenn wir das vor allem auch noch mit dem Grün machen, dann haben wir so ein bisschen Cross-Process-Look. Den möchte ich auch so ein ganz klein wenig haben. Die Bäume sollen aber ganz schön grün bleiben. Das heißt, wir setzen das in etwa so. Das gefällt mir schon super gut. An dem Blau-Kanal möchte ich eigentlich gar nichts mehr machen. Was jetzt noch fehlt, ist die Vignettierung. Die Vignettierung füge ich immer über eine ganz spezielle Methode hinzu, nämlich ohne eine neue Ebene hinzuzufügen. Ich mache das gerne alles auf einer Ebene. Ich behalte meine Ebenen immer möglichst klein, so klein wie es nur geht. Deswegen füge ich Vignettierungen immer mit dem Kreiseffekt hinzu. Was mache ich da? Naja, ich füge den Kreiseffekt hier erstmal zu. Und was ich jetzt machen kann, oh, das ist natürlich Background-Kreis. Das war nicht der Kreiseffekt, den ich gesucht habe. Hier ist Generieren-Kreis, genau. Und was ich jetzt machen kann, ist, wir haben jetzt hier nur noch diesen Kreis. Unser Footage ist komplett verschwunden. Was wir hier jetzt sehen, ist unsere Hintergrund-Matrix. Das Footage ist komplett verschwunden, weil diese Fill-Methode hier nämlich auf ohne steht. Setzen wir die auf normal, sehen wir, aha, hier haben wir jetzt den Kreis vor unserem Footage. Den Kreis Mittelpunkt möchte ich genauso belassen, wie er ist. Das heißt, wir setzen ihn mal zurück, genau in die Mitte. Und jetzt kann ich nämlich folgendes tun. Ich kann den Kreis umkehren. Dann wird sozusagen alles gefüllt, außer dieser Kreis in der Mitte. Ich kann jetzt den Radius hier erhöhen. Ihr seht schon langsam, wo das hinführt. Jetzt haben wir nämlich hier nur noch die Randbereiche ausgewählt. Jetzt kann ich das Ganze hier auf zum Beispiel Multiplizieren legen und hier eine Farbe auswählen. Ich möchte in dem Fall so einen orange-braunen Ton für die Kante, so in etwa. Und jetzt kann ich hier über weiche Kante das Ganze weich zeichnen, noch ein bisschen vergrößern, wenn ich mag. Und hier mit der Deckkraft rumspielen. Das möchte ich nur ganz, ganz leicht. Das heißt, man so eine leichte Färbung der Kanten sieht, aber das Ganze nicht wirklich als Vignettierung wahrnimmt. So in etwa gefällt mir das sehr gut. Auch empfehlenswert bei den Filmmethoden sind zum Beispiel Farbig Nachbelichten. Der lässt die hellen Bereiche nämlich hell und macht nur die dunklen Bereiche etwas dunkler. Auch ein sehr netter Effekt, den ich persönlich noch häufiger nutze, als jetzt hier zum Beispiel Multiplizieren. Das Ganze ist mir noch etwas zu braun. Ich hätte das Ganze noch ein bisschen gesättigter gern. Und so ein bisschen in diese, ja, fast schon gelbliche, orangeliche Richtung. So in etwa. Das Ganze muss halt sehr künstlich aussehen. Das ist der Tilt-Shift-Effekt. So soll er sein. Genau. Es sieht aus, als würden hier kleine Modellbauschiffchen durchfahren. Denn dieses Schiff sieht wirklich nicht groß aus. Das Schiff sieht nicht so aus, als würden da kleine Manneken drauf rumlaufen. Das sieht aus, als wäre das ein kleines Spielzeugschiffchen, was irgendein Kind über irgendeinen kleinen Teich geschoben hätte. Das ist das Ziel des Tilt-Shift-Effektes. Das ist der Tilt-Shift-Effekt. Nächster Effekt ist, das Ganze mit Regen zu versehen. Ich muss jetzt mich ein bisschen schneller machen. Deswegen, das ist unser Tilt-Shift. Und machen wir weiter. Ziehen diesen rein, also wieder hier hinein. Und wir fügen dem Ganzen jetzt ein Regen hinzu. Wie fügen wir dem Regen hinzu? Da hat uns die SciCore-Firma einen wunderbaren Job geliefert. Die SciCore-Firma hat Effekte bereitgestellt für Regen und Schnee. Generell müsste man Regen über Partikel hinzufügen. Das heißt, man fügt jetzt hier ein Partikel-System hin, wo die Partikel von oben runterrasen und diesen Regen bilden. Das ist in den meisten Fällen auch ein bisschen klüger, weil man hat einfach noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch dreidimensional durch den Regen durch, vielleicht noch nach oben gucken und das in die Kamera regnen lassen und so weiter. Aber in diesem Fall brauchen wir einen ganz simplen Regen, der einfach vor der Kamera hinunterprasselt. Und das machen wir mit dem CC Rain-Effekt. Dazu wenden wir den Effekt hier erstmal auf eine neue Farbfläche an, die wir hier erstellen. Farbfläche, neue schwarze Farbfläche, so ist in Ordnung. Wichtig dabei ist, dass die Farbfläche wirklich schwarz ist. Und auf diese Farbfläche wenden wir jetzt den Effekt CC Rain an. Wir geben das hier einfach Rain ein und fügen den hier hinzu. Jetzt haben wir schon diese Striche. Gut, dass ihr hier gleich Striche macht und nicht einzelne Partikel. Denn hätten wir einzelne Partikel, müssen wir dem ganzen Bewegungsunschärfe hinzufügen, damit das realistisch aussieht. Hier hat das CC Rain doch jedoch schon gemacht. Gehen wir also wieder auf Fenstergröße und können jetzt hier in den Einstellungen noch den Amount einstellen. Das heißt, wie viel Regen runterkommt, wie dicht der Regen ist, bzw. wie schnell der Regen ist. Ob es jetzt ein richtig prasselnder Regen ist oder mehr ein gemächlicherer Regen. Demnach richtet sich auch die Strichlänge. Das heißt, bei geringerem Regen haben wir hier kleinere Striche. In dem Fall möchte ich den Regen auch ein bisschen geringer machen. Wir können hier den Winkel ändern, in dem der Regen runterkommt. Oder die Variation des Regens. Das heißt, ob der jetzt ganz gerade alle in dieselbe Richtung oder alle ein bisschen verstreut. Das passt aber bei 10 ganz gut. Ich möchte, dass der Regen hier von links oben kommt. So in etwa. Jetzt können wir die Drop Size noch ändern, wenn wir mögen. Finde ich aber eigentlich so auch ganz gut. Und die Source Depth ist auch noch ganz interessant. Das heißt, wenn wir hier nur ein Vordergrundobjekt haben, das mit Regen bedecken wollen, können wir hier nur die vordersten Regentropfen zeigen lassen. Dann ein CC Rain dahinter noch einfügen und den Rest anzeigen lassen. Dann haben wir nämlich dieses Vordergrundobjekt, was ein bisschen Regen bedeckt. In dem Fall haben wir jedoch einen Shot, in dem der ganze Regen sichtbar sein soll. Deswegen Source Depth 100%. Wählen wir jetzt den Modus addieren hier oder negativ multiplizieren, dann haben wir das Ganze noch ein bisschen unerauffälliger. Haben wir den Regen hier schon drin. Der Angle ist mir noch ein bisschen zu schräg. Da soll man ein bisschen weiter von oben kommen. Ja, vielleicht so. So ist das eigentlich schon super. Und jetzt müssen wir nur noch das Color Grading hinzufügen, denn das hier sieht ja wirklich nicht nach Regen-Footage aus. Wir müssen das hier noch so bearbeiten, dass es auch aussieht, als hätte es hier regnen können. Wieder die Kurven kommen zum Einsatz. Die Kurven wenden wir hier drauf an. Und diesmal möchten wir das Ganze abdunkeln. Das heißt, die hellsten Bereiche sollen nicht mal später die hellsten Bereiche sein. Wir können damit die maximale Tonausdehnung sozusagen runternehmen. Das heißt, die allerhellsten Bereiche sind jetzt nur, sagen wir, nicht 255 vom Wert, sondern 128. So extrem wollen wir das aber gar nicht. Ich möchte das Ganze hier ein bisschen humaner, so in etwa. Aber halt die volle Helligkeit passt hier nicht ganz rein. Dann soll natürlich hier das Ganze abgedunkelt werden. Die Mitten möchte ich allerdings hier ein bisschen behalten. Das heißt, ich setze hier ungefähr einen Punkt. Aber die Tiefen sollen noch weiter runter. Jetzt können wir das Ganze hier einfach feintunen, so in etwa. Und wir möchten dem Ganzen noch einen Blaustich hinzufügen. Das heißt, wir gehen in den Blaukanal, füllen dem Ganzen so einen Blaustich hinzu. Um das Ganze jedoch dunkler zu machen, muss ich anstatt blau hinzuzufügen, da wird es nämlich auch gleichzeitig heller, muss ich einfach das andere wegnehmen. Das heißt, ich nehme hier vom grünen Farbton ein bisschen was weg und auch vom roten Farbton. Dann haben wir hier das Tiefblaue. Das Ganze ist mir jetzt noch viel zu sehr gesättigt. Ich möchte da ein bisschen Sättigung rausnehmen. Dazu benutze ich den Effekt Einfärben, weil er einfach die kleinste User Interface Gruppierung hier hat. Das sind nämlich nur schwarz und weiß abbilden. Und damit können wir hier einfach mit diesem einzelnen Schieberegler das Ganze einstellen, wie wir mögen. Das Ganze sieht doch hier schon sehr nach Unwetter aus. Ist mir noch ein bisschen zu tief in den Tiefen. So in etwa. Sieht das Ganze doch hier schon sehr verregend aus. Und ganz anders als der Tilt-Shift-Effekt von vorher. Da können wir jetzt auch noch eine Vignettierung einfügen. Das ginge auch einfach wieder über den Kreiseffekt. Das möchte ich jetzt jedoch nicht machen. Aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Zum Schnee geht das Ganze eigentlich auch denselben Weg. Nämlich, wir nennen das mal um. 0,2 Regen. Und duplizieren das einfach. 0,3 Schnee. Öffnen jetzt die 0,3 Schnee-Komposition. Und nehmen unseren CC Rain von hier oben weg. Und unsere Kurven setzen wir hier mal zurück. Genauso wie das Einfärben. Das blenden wir mal aus. Und jetzt gibt es von Psycho auch einen neuen Effekt. Und der heißt CC Snow. Und damit können wir ganz einfach mit ähnlichen Einstellungsmöglichkeiten wie beim Regen hier, können wir Schnee hinzufügen. Das heißt, wir haben hier ganz viele kleine weiße Partikel, die hier schön hinunterrieseln. Jetzt sieht im Winter jedoch auch nicht alles so aus, sondern ein bisschen heller. Wir haben keine richtigen Tiefen hier. Das Ganze ist ein bisschen, ein bisschen heller. Ich bearbeite das hier mal in den Kurven. Auch da soll blau natürlich hauptsächlich vorhanden sein, aber auch rot in den Tiefen, äh in den Höhen. Das heißt, wir gehen jetzt hier, der Grünwert kann ein bisschen runter in den Höhen vielleicht nicht, aber in den Tiefen kann er ein bisschen runter. Wir müssen hier versuchen jetzt einen winterlichen Look hinzubekommen. Das heißt, das Ganze ein bisschen heller und kühler darzustellen als vorher. Nicht zu viel blau, das darf auch nicht sein. So, in etwa passt das hier doch schon ganz gut. Ich möchte jetzt hier in CC Snow die Flakesize noch ein bisschen erhöhen, wenn wir noch ein bisschen größere Flocken haben, damit wir die hier auch überhaupt sehen. So sieht das Ganze aus. Hier am Anfang ist es doch noch ein bisschen dunkel. Da hinten war dieser sonnige Teil, wo es einfach so hell wird. Für den Anfang jedoch ist das Ganze noch ein bisschen düster. Das Ganze noch ein bisschen auffällen hier. So in etwa. Oh, jetzt muss ich den Punkt nehmen. So, dann sieht das Ganze doch schon sehr winterlich aus. Jetzt können wir dem Ganzen auch noch Schnee hinzufügen, und zwar mit dem Malen-Modul. Ich dupliziere dazu diese Reihenebene, lege sie jetzt mal hier drüber und entferne die Effekte. Klicke hier doppelt drauf, dann bin ich in dem Ebenen-Dialog und kann mir das Ganze hier als Ebene anschauen. Und kann jetzt über diesen Pinsel in den Malen-Workflow übergehen. Und habe jetzt hier, das kann man natürlich auch in Photoshop machen, aber ich mache es jetzt einfach in After Effects, kann jetzt hier mal einen Pinsel einstellen und hier anfangen zu malen. Ich habe in dem Moment ein Grafiktablett angesprochen. Noch ist es ein Bamboo, Fun Pen & Touch Medium. Das ist in After Effects doch, auch wenn man hier mit Rotoscoping macht, was ich in einer anderen Sektion auf der After Effects DVD erklären möchte, da ist einfach ein Grafiktablett super nützlich. Jetzt kann ich das Ganze hier nochmal zurücksetzen und bzw. entfernen. Jetzt möchte ich hier bei der Dauer einstellen, dass es nicht ein einzelner Frame sein soll, sondern konstant gehe jetzt hier hinein, zoome mit der Komma-Taste raus, mit dem Punkt hinein oder wenn ihr eine Maus habt, hier über das Scroll-Wheel der Maus. Jetzt kann ich mich hier fortbewegen, indem ich die Leertaste gedrückt halte und hier überall auf die Dächer ein bisschen Schnee malen. Diesen Schnee kann ich jetzt entweder hier direkt in Weiß malen, dadurch spare ich mir irgendwas Spätereges. Das heißt, ich kann hier einfach so anfangen, Schnee auf die Dächer zu malen. Und ich glaube gar nicht, wie realistisch so ein einfaches Ding wie der Maleneffekt sein kann, wenn ihr das Ganze glaubhaft hier bemalt und das Ganze glaubhaft hier mit Schnee bedeckt. Dann sieht das Ganze glaubhaftiger aus, als ihr denkt. Was jedoch, wenn ihr die komplette Stadt vereisen wollt? Das heißt, wenn ihr den Look kreieren wollt, dass die komplette Stadt aus Eis besteht. Ich mache das hier mal für diese paar Gebäude hier vorne. Wie sieht das Ganze denn vereist aus? Dazu muss ich jetzt hier eine kurze Matte erstellen. Das heißt, ein Bereich, der mir sagt, wo ich den Effekt anwenden möchte des Vereisens. Das ist alles hier und hier. Da wähle ich das Ganze jetzt mit dem Malwerkzeug einmal aus. Das eignet sich dafür eigentlich ziemlich gut, weil man hier einfach ganz intuitiv, wenn man vor allem ein Grafiktablett hat, drauf losmalen kann und sich das Ganze hier mit auswählen kann. Auch hier noch. So, das Ganze kann natürlich auch sauberer sein, aber für das Tutorial hier reicht es, wenn ich das so machen würde, würde ich natürlich wesentlich sauberer vorgehen. Ich würde es wahrscheinlich auch in Photoshop machen. Besser als in After Effects, vor allem, wenn es solche konstanten Änderungen geht. Das heißt, wenn ich hier konstant für alle Frames diese Matte erstelle, weil diese Stadt hier bewegt sich ja nicht, deswegen würde ich das hier höchstwahrscheinlich als Matte Painting in Photoshop machen und dann in After Effects einfügen. Das müsste jetzt aber auch mal reichen. Ich möchte jetzt mehr gar nicht bearbeiten. Jetzt kann ich hier hineingehen und sagen, okay, er möchte bitte auf Transparenz malen. Jetzt haben wir also nur noch diesen weißen Bereich hier und können jetzt eine neue Einstellungsebene hinzufügen. Neue Einstellungsebene, das seht ihr nicht mehr. Hier ist die Einstellungsebene. Und kann diese Einstellungsebene jetzt sagen, ich möchte nur dort, wo jetzt hier gemalt wurde, die Einstellungsebene anwenden. Dazu muss ich sie da drunter bewegen, das habe ich gerade schon gemacht. Und eine bewegte Maske als Alpha Matte benutzen. Jetzt kann ich hier irgendwas anwenden, zum Beispiel Kurven. Und dann sehen wir, es wendet hier nur auf diesen Bereich, das Ganze an. Jetzt möchte ich diesen eisigen Look erstellen. Wie mache ich das? Ich kehre das Ganze einfach um. Aha. So. Helle das Ganze sehr auf. Und nehme jetzt hier komplett das Grün raus. Hier auch das Rot raus. Und das Blaue rein. Beziehungsweise eigentlich müssen wir es hier alles umgekehrt machen, weil wir ja hier auch von umgekehrten Farben sprechen. So in etwa. Das sieht schon ganz cool aus. Jetzt kann ich dem Ganzen noch ein Tritonus hinzufügen über die Farbkorrektur und das hier in so ein helles Blau machen. Das heißt, nur ein bisschen bläulicher geht noch. Und vielleicht das Ganze nicht ganz so hell machen. Irgendwie so in dieser Art und Weise können wir die Stadt auf sehr einfache Art und Weise vereisen. Jetzt möchte ich jedoch hier die Tiefen nicht ganz runterziehen. Nicht ganz ins Schwarz. Das hier ein bisschen, ja, ein bisschen ungesättigter machen. Dann haben wir hier doch schon unsere Eisstadt. Wenn wir das für die ganze Stadt machen und dabei natürlich auch auf die Kanten achten, weil sobald hier der helle Himmel mit reinkommt, sehen wir natürlich wird das Ganze dunkel, weil wir es ja umgekehrt haben, aber so auf diese Art und Weise kann man halt so eine Stadt vereisen. Darüber noch den Snow-Effekt und schon habt ihr so ein bisschen so den Day-After-Tomorrow-Look. Die ganze Stadt liegt auf Eis. Jetzt noch ein letzter Effekt, der, mein Lieblings-Effekt, der Old-Movie-Effekt. Wieder eine neue Komposition. Die Komposition, ups, nenne ich jetzt hier 04 Old-Movie. Und was wir für so ein Old-Movie brauchen, ich schließe hier mal diese zwei Panels. Was wir für ein Old-Movie brauchen, ist ganz schlicht und einfach am besten eine Vorlage. Eine wirkliche Vorlage, die irgendjemand digitalisiert hat von einem alten, kaputten Film, Super-8-Film zum Beispiel, den er dann digitalisiert hat und uns zur Verfügung stellt. So was gibt es zum Beispiel von Andrew Kramer. Auf Video-Copilot hat er ein Tutorial zum Thema Old-Movie. Dort kriegt man kostenlos eine Vorlage dazu. Aber ich habe noch eine andere Seite gefunden. Und zwar die folgende Chill-Factor-Films. Auf dieser Seite gibt es diese Scratch-Tapes. Die kann man sich dort kaufen. Einerseits, das heißt hier für 12 Euro, kann man hier wunderschöne Scratch-Tapes kaufen, die auch wirklich ziemlich cool aussehen. Ich habe sie mir nicht gekauft, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Wenn wir uns das anschauen, sieht aber sehr, sehr cool aus. Das heißt, das Ganze sieht wirklich realistisch aus nach einem alten Film und nicht nach neuen DSLR-Aufnahmen. Und er hat einmal ein Tutorial gemacht. Hier Film-Clutter-Mini-Tutorial in Blender im Übrigen. Und dort hat er auch so einen alten Film-Effekt erstellt. Und da, für dieses Tutorial, gibt es eine Projektdatei. Und diese Projektdatei, dort kann man den Free-Clip runterladen. Den kriegt man hier bei Google Docs. Und ja, dort findet man hier die ganzen Dateien, die in diesem ZIP-Datei-Ordner vorhanden sind. Und hier, das ist diese Scratched1.mo-V-Datei. Die kann man sich runterladen und selbst bei seinen Videos verwenden. Was die Lizenz angeht, müsstet ihr Chill Factor Films nochmal anschreiben, wie ihr das verwenden dürft. So, ich habe das Ganze schon mal in After Effects importiert. Hier ist das Scratched1 runtergeladen und importiert. Das ist die Vorlage. Hier ist sie noch eigentlich relativ ruhig. Wir haben hier auch schon eine leichte Vignettierung. Das heißt, leicht, eine gute Vignettierung. Und hier kommen noch diese wirklichen, komplett verwackelten und komplett kaputten Filmrisse dazu. Das können wir jetzt einfach drüberlegen, über den Reihen. Und das Ganze jetzt hier mal den Arbeitsbereich darauf beschränken. Mehr Filmmaterial haben wir hier jetzt nicht zur Verfügung. Wir können das Ganze natürlich auch einfach hier einfach aufhören lassen und wieder von vorne beginnen lassen. Das merkt auch keiner, wenn ihr das Ganze einfach immer wieder aneinanderpappt, wenn ihr längeres Videomaterial bearbeiten möchtet. Jetzt können wir hier verschiedene Blendmodi ausprobieren. Um durch die Blendmodi durchzugehen, kann man einfach Shift und Plus und Minus drücken. Jetzt kann man hier durchgehen und sich anschauen, was einem gefällt. Multiplizieren sieht schon gar nicht schlecht aus. Und wir können hier halt so das Ganze durchgehen. Diese Methoden sind nicht so schön in diesem Fall. Ineinander kopieren ist auch nicht schlecht. Hartes Licht ist in dem Fall meine Wahl, weil es einfach den schönsten Look kreiert. Je nach Footage, je nach Lichtsituation des Footage, helles Footage, dunkles Footage, kann man natürlich andere Filmmethoden wählen. Jetzt will ich das Ganze hier aber noch bearbeiten. Das heißt, darunter gehe ich zum Rein und Füge. Jetzt dürft ihr dreimal raten, richte ich die Kurven hinzu. Die Kurven helfen mir auch hier weiter. Ich möchte das Ganze hier einfach ein bisschen weniger im Kontrast haben. Das heißt, ich mache genau das Gegenteil, was ich sonst mache. Das heißt, hier eine gegenteilige S-Kurve. Die hellen Bereiche ziehe ich ein bisschen runter, die dunklen Bereiche helle ich ein bisschen auf. Dadurch habe ich weniger Kontrast, wie wir hier sehen können. Das kann man dann hier noch in den Einstellungen hier weiter bearbeiten und schauen, wie es einem gefällt. So in etwa. Viel Farben werden wir eh nicht mehr sehen am Ende, weil wir das Ganze noch sehr stark entsättigen werden. Aber soweit können wir die Farben erstmal so lassen. Wir können es auch generell so lassen. Dann sieht es halt ein bisschen aus wie ein Video aus den 80ern. Ich kann es aber noch ein bisschen älter machen, indem ich hier wieder den Einfärbeneffekt benutze. Hier auch darauf anwenden. Natürlich nicht auf die Scratch-Tape, sondern auf den Reihen. Und kann jetzt hier noch ganz schön was an Farbe wieder herausnehmen. Jetzt kann ich hier darüber noch eine Einstellungsebene legen und dem Ganzen wieder ein bisschen Kontrast geben. Warum habe ich den ganzen Kontrast weggenommen, wenn ich ihn wieder Kontrast gebe? Damit sich dieses Scratch-Tape noch ein bisschen besser hineinfrisst in das Original-Footage. Jetzt wende ich hier also auch wieder die Kurven drauf an. Füge ein bisschen Kontrast hinzu noch. Vor allem halt Aufhellung. Das sieht schon echt cool aus. Schon richtig nach einem alten Video. Jetzt möchte ich noch einen Effekt hinzufügen, nämlich ein Duplikat von diesen Kurven. Und zwar hätte ich ganz gern immer wieder solche Filmflashes. Damit das Ganze so ein bisschen aufgehellt wird. Wie soll es im aufgeltenden Zustand aussehen? Ja, auf jeden Fall hier hochgezogen. Die Mitten ein bisschen auch den Rotkanal erhöht. Dann sieht es ein bisschen so Film-Burn-Effekt-mäßig aus. Aber wie animiere ich das jetzt, damit das hin und wieder auflackert? Einige werden sich schon denken, ah, die Wiggle-Funktion. Aber jetzt habe ich hier einerseits natürlich das Ganze auf die allgemeine Ebene draufgebracht. Das heißt, auf die Einstellungsebene, wo auch meine Farbkorrektur generell, das heißt, diese Aufhellung hier drauf ist. Da würden manche sagen, ja, mach eine neue Einstellungsebene und definiere davon die Deckkraft neu. Okay, ist eine Möglichkeit, dass ich dann einfach mit der Deckkraft rumspiele. Das heißt, ich erstelle eine neue Einstellungsebene und verwackele da die Deckkraft so, damit es aussieht, als würde die einfach immer wieder eingeblendet. Und dadurch das Ganze ein bisschen, ja, aufhellen und zerstören. Jedoch machen wir dabei folgendes. Wir haben einerseits das komplett unbearbeitete Footage, das heißt, diesen Status und wir haben diesen Status und wir faden dazwischen nur die Deckkraft. Wenn man das Ganze noch extremer macht als hier, das heißt, hier wirklich ganz, ganz hoch geht, in etwa, wo nicht im Rot-Channel, sondern im RGB-Channel, sehr weit hoch geht und hier jetzt die Deckkraft bearbeitet, sieht man, wird das Ganze sehr schnell flau, weil es einfach nicht dasselbe ist, wie wenn ich hier die Kurve nach oben bewege. Das Ganze ist ein komplett anderer Effekt. Wie kann ich jetzt also diese Kurvenbewegung animieren? Ich habe mir folgenden Trick ausgedacht. Wir gehen zum ersten Frame und setzen einen Keyframe. Wir gehen zu genau einer Sekunde, dazu gebe ich eins und irgendein Satzzeichen, ich gebe jetzt das Komma immer ein, dann bin ich bei einer Sekunde, man kann natürlich auch, ups, man kann natürlich auch 1.00 eingeben, dann ist man auch bei einer Sekunde, aber meine schnellste Eingabemöglichkeit auf dem Numpad ist einfach 1 Komma und dann bin ich bei einer Sekunde. Ich drücke U, um die Keyframes anzuzeigen und füge hier einen zweiten Keyframe hinzu, gehe zurück zum ersten und setze ihn zurück. Was wir jetzt haben, ist hier eine Animation von diesem Status zu diesem Status, wo die Kurve sich hier langsam nach oben zum fertigen Status hin bewegt. Jetzt möchten wir das hier nur zufällig natürlich einspielen. Dazu habe ich eine kleine Expression vorbereitet, die so einfach ist, dass eigentlich kaum jemand drauf kommt. Ich füge hier einen Schieberegler hinzu und den nenne ich jetzt einfach mal Bloom It. Wir können auch Rush It oder Blur It oder was auch immer. Ich bin dann meine Schieberegler leider meistens so. Und mit diesem Schieberegler möchte ich das jetzt steuern. Wir fügen den Kurven eine Expression hinzu und sagen, ich möchte gern den Wert dieser Kurven zu einem bestimmten Zeitpunkt, Value at Time. Und dieser Zeitpunkt soll jetzt bestimmt sein durch den Bloom It-Regler. Dieser Bloom It-Regler soll von 0 bis 100 gehen. Und hier haben wir eine Animation von 0 bis 1 Sekunde. Das heißt, wenn ich das Ganze hier durch 100 teile, sind wir, wenn der Bloom It-Regler auf 100% steht, bei 1 Sekunde, wenn er auf 0% steht, bei 0 Sekunden. Und somit können wir mit diesem Bloom It-Regler jetzt, da steht die ganze Zeit auf 0, das heißt, hier wird die ganze Zeit der erste Keyframe gezeigt. Wenn ich jetzt das Ganze hoch bewege, sehen wir, wir haben einen Schieberegler, den wir mit einer Expression versehen können, der die ganze Kurve, wie wir hier sehen, immer steigen lässt. Wir können die Kurven so einstellen. Wir können ja auch gleichzeitig mehrere Kurven animieren, was wir in diesem Fall schon machen. Das heißt, wir erhöhen dabei auch noch den Rotwert. Und wir können auf diese Art und Weise ganz einfach Keyframes setzen und mit diesem Bloom It-Regler dann Expressions auf Kurven anwenden. Ich setze den hier also auf 0 und füge die Expression hinzu mit Altklick Wiggle. Und zwar, was für ein Wiggle? Ich hätte das gern 5 mal die Sekunde. Und jetzt müssen wir noch angeben, um wie viel? Sagen wir ruhig um 50. Das Gute ist, ich habe das Ganze jetzt auf 0 gestellt. Das heißt, es wird auch negative Werte geben. In diesen negativen Werten wird einfach nichts angezeigt. Das wickelt jetzt von 0, 50 hoch und 50 runter. Das heißt, wir haben hier nur hin und wieder solche kleinen Blooms. Und der Zeitpunkt dazwischen ist halt auch da, weil er zwischendurch ja auch in den negativen Bereichen geht. Ich finde jetzt hier gerade keins, das ist natürlich der Vorführeffekt. Aber hier zum Beispiel haben wir Minusbereiche gerade sehen können. Hier zum Beispiel Minus 11 und Minus 22. Erzeugen wir mal eine RAM-Vorschau des Ganzen, um zu schauen, ob unser Effekt hier auch glaubhaft rüberkommt. Wir haben die Online-Kratzer hier hinzugefügt. Wir haben das Footage bearbeitet mit Kurveneffekt. Und das Ganze sieht doch jetzt hier schon sehr glaubwürdig nach einem alten Film aus, wie ich finde. Gucken wir uns jetzt die RAM-Vorschau an. Ja, das ist eindeutig eine etwas ältere Aufnahme geworden. Soweit also zu Part 1 der beliebtesten Video-Effekte. Ein Mashup von mir. In Part 2 geht es dann weiter mit interessanten Video-Effekten, wie dem Matrix-Video-Effekt. Das heißt, wir stellen einerseits diese Running Letters, diese laufenden Buchstaben, und verbinden das Ganze noch mit einem Matrix-Look, den wir auf Videos anwenden können. Und dazu habe ich noch ein Video vorbereitet. Day to Night zusammen mit Sky Replacement. Also wir ersetzen einen Himmel und lassen ein Tag-Footage so aussehen, als wäre es mitten in der Nacht gedreht.